Hallo, sehr herzlich gegrüßt zu meiner neuen Laufkolumne heute zum Thema Mit dieser einfachen Methode erreichst du wirklich dein Laufziel? Vielleicht formulierst du bereits für das nächste Jahr Ziele wie Ich würde so gerne mal einen 10km Wettkampf oder Halbmarathon laufen. Nun glaubst du, dass du mit dieser Aussage wirklich dein Ziel auch erreichst? Eher unwahrscheinlich, denn es ist überhaupt nicht spezifisch und du kannst dich nicht ganz festlegen, wenn du sagst oder, oder du würdest gerne mal. Und heute erfährst du im Artikel mit welcher Methode, mit dieser ganz einfachen Methode du wirklich dein Ziel erreichst, nämlich mit der SMART-Methode und wie genau die funktioniert und du an dein Ziel kommst, das liest du im Artikel. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Erreichen deiner Ziele. Tschüss!